In diesem Video geht es um den islamischen Gottesstaat Iran. Ich erkläre dir die Entstehung der Islamischen Republik und die Rolle der Geistlichen. Außerdem erhältst du Informationen über das politische System, die Wirtschaft und Außenpolitik sowie gesellschaftliche Herausforderungen. 1979 führte die Islamische Revolution zur Ablösung des Schah-Regimes, einer monarchistischen Herrschaft. Ayatollah Ruhollah Khomeini übernahm die Macht und gründete die Islamische Republik Iran. Die neue Verfassung vereinte politische Macht mit islamischen Prinzipien. Im neuen System hatten die Geistlichen, auch als Mullahs bekannt, eine wichtige Rolle. Der oberste Führer, ein religiöser Geistlicher, hatte weitreichende Befugnisse. Er kontrollierte das Militär und die Justiz und war das höchste Entscheidungsgremium des Staates. Der Iran ist eine Theokratie, was bedeutet, dass Religion und Staat eng verknüpft sind. Es gibt auch demokratische Elemente, wie Parlamentswahlen, aber der oberste Führer hat das letzte Wort in wichtigen Angelegenheiten. Der Iran ist ein wichtiger Produzent von Erdöl. Die Einnahmen aus dem Ölexport sind für die Wirtschaft des Landes entscheidend. Allerdings führten internationale Sanktionen dazu, dass die Wirtschaft unter Druck geriet. Die Außenpolitik des Iran ist oft konfliktgeladen, besonders in Bezug auf die USA und Israel. Der Iran unterstützt auch militante Gruppen wie die Hisbollah im Libanon, was international für Spannungen sorgt. Frauen haben in der Islamischen Republik weniger Rechte als Männer. Sie müssen sich strikt an Kleidervorschriften halten und haben eingeschränkte Möglichkeiten in der Arbeitswelt und im öffentlichen Leben. Der Iran hat eine hohe Alphabetisierungsrate und legt Wert auf Bildung. Traditionelle iranische Kultur und islamische Prinzipien spielen im Bildungssystem eine wichtige Rolle. Das iranische Atomprogramm ist ein zentraler Punkt internationaler Diskussionen. Der Iran betont, es diene friedlichen Zwecken, aber viele Länder sehen es als Bedrohung und befürchten die Entwicklung von Atomwaffen. Im Laufe der Jahre gab es im Iran verschiedene Protestwellen gegen die Regierung. Diese wurden oft gewaltsam niedergeschlagen. Die Gründe für die Unzufriedenheit sind vielfältig und reichen von wirtschaftlichen Problemen bis zu Forderungen nach mehr Freiheit. Die Gründe für die Unzufriedenheit sind vielfältig und reichen von Atomwaffen. Die Gründe für die Unzufriedenheit sind vielfältig und reichen von Atomwaffen. Vielen Dank.